Wir sind Viga auf togo.de und wir spielen weiterhin Color Run. Wie war das noch mal? Ach ja richtig. Das war schon mal easy. Warte. Ich glaube da fehlt noch was. Warte ich müsste dann kommen. Na los. Jetzt weiß ich was ich machen muss. Jetzt einfach schieben, 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 schieben und weiter schieben. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Ja. Jetzt drauf und springen. Sehr schön. Ja, man merkt es wird schwieriger. Gut konzentriert bleiben. Komm, 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 da schaffst du. Und damit hätte ich ein weiteres Level geschafft. So, das war's. Gib ein Abo und einen Like und natürlich einen Kommentar. Ja.